Wir sind heute zu Besuch auf einem Bio-Heumilchbetrieb in Waldnerkirchen, wo gerade der erste Schnitt eingefahren wird. Zu sehen ist ein Sametitan 160 mit einem Mengele Ladewagen, der von Florian gesteuert wird. Ebenfalls ist auch ein Fendt 820 Vario mit einem zweiten Mengele Ladewagen unterwegs, um das Heu so schnell wie möglich in die Heutrocknung zu bekommen. Und dann geht's die Himmelschbetrieb in Waldnerkirchen. Und dann geht's die Sommerstelle. Das heißt, die Himmelschbetrieb in Waldnerkirchen, die Himmelschbetrieb immer noch mit der anderen Seite der Ingenieheilchen und die Ängelchen mit der Erdung des Geistigen. Und dann geht's das noch ein Fendt 5-6-7-8-8-8-8. Und dann geht's die Himmelschbetrieb im Waldnerkirchen. Und dann geht's die Himmelschbetrieb im Wald. Musik Musik Wenn ihr mehr von diesem Bauernhof sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Im Laufe des Jahres wird noch ein detaillierteres Video kommen. Musik 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 Musik